Yo, moin Leute und willkommen zurück auf meinen Kanal. Es ging die nächste Box nach Warta und ich wollte euch einmal nochmal zeigen, welche Spiele hingegangen sind. Von dem, was wir auch zum Schluss alle bekommen haben, habe ich mir sechs Stück ausgesucht, die direkt nach Warta gingen, um nochmal diese Aktion für 39 Dollar auszunutzen. Ich denke mal, es lohnt sich. Ich weiß auch gar nicht, wie teuer es sonst ist. Ich denke mal aber um einiges mehr, vielleicht 20, ich weiß es nicht. Ich muss später mal gucken, wenn ich es doch rausgefunden habe, dann wird es hier unten nochmal stehen. Und ja, ich habe sechs Spiele rausgefischt, die ich auf jeden Fall nach Warta schicke oder jetzt schon geschickt habe, seit mindestens ein, zwei Wochen. Ich bin gespannt, was es wird, was rauskommt. Und ja, ich fange einfach mal an, euch zu zeigen, was ich mir rausgepickt habe. Einmal das Final Fantasy Crystal Chronicles in der italienischen Gamecube-Variante mit einem Red Stripe. Hier ist ja auch ein Riss drin. Warta bewertet ja einmal das Spiel an sich. Das ist, glaube ich, so wie ich das jetzt alles mitgekriegt habe, die große, also das 9.0, 9.8, 9.6, whatever. Und ja nochmal das hier extra mit einem A++++, A++, die irgendetwas, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Das sind auf jeden Fall krasse Erfahrungswerte, die ich jetzt damit sammle. Erstmal, bevor ich, ich habe jetzt dann 18 Spiele nach Warta gesendet und ich bin echt gespannt, was ich da generell zurückbekomme, was sie sagen. Ob die alles raiden, wie gesagt, ich hatte ja auch ein Metal Gear Solid Sealed, da war unten aber so ein paar Späne reingekommen. Ich weiß aber, der Händler ist vertrauenswürdig und von daher, ich bin echt gespannt. Und was dabei rauskommt am Ende, wir gucken aber hier erstmal auf Final Fantasy Crystal Chronicles. Ich bin echt gespannt, was bei rumkommt, wie gesagt. Ich werde demnächst auch nicht nur Navata schicken, natürlich auch wieder ein paar andere testen, nenne ich es mal so. Oder mal wieder was hinschicken, gab ja nicht viele. Dann natürlich auch die RGS Sachen, würde ich am liebsten recasen und neu bewerten lassen von jemand anderem. Da bin ich aber noch nicht so drin, wo es geht oder wer es jetzt genau macht, wo man es am besten machen sollte. Ich warte einfach mal ab, was kommt und wir gucken einfach mal weiter, was reingeht. Und natürlich das Pokémon in der gelben Variante als Zip geht auf jeden Fall hin. Da bin ich auch mal gespannt, was dabei rumkommt. Und natürlich die blaue Variante auch direkt mit, dass hier auf jeden Fall nichts passieren kann, dass die geschützt ist. Dass man einmal die Bewertung hat, was ich jetzt hier generell rausbekomme. Ich bin echt gespannt, gerade bei den Pokémon, was es wird, weil das sind die einzigen Zip-Games, die ich diesmal hinsende. Und ich bin echt gespannt, welche Bewertung die am Ende bekommt. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Um es wirklich, glaube ich, am besten abschätzen zu können, ist es, glaube ich, wirklich so, wenn man die Spiele vorher gesehen hat, am besten Fotos machen. Und ich meine, ich habe sie ja in die Kamera gehalten, klar den Inhalt jetzt nicht. Wenn ich daran denke, werde ich den Inhalt nochmal fotografieren, im anderen Video mit reintun oder vielleicht sogar in diesem Video mit reintun. Und dann werdet ihr das irgendwo hier sehen. Wäre auf jeden Fall eine coole Variante. Ich glaube, weil ich das eh einmal ein bisschen reinigen will, gucken nochmal, wie das Modul aussieht. Ob ich da auch ein bisschen sauber machen muss. Ich weiß es nicht. Ich werde ganz behutsam das Spiel nochmal öffnen, alles wieder vernünftig reintun. Wenn ich nochmal Fotos gemacht habe, werdet ihr es auf jeden Fall jetzt sehen. Und wir gucken auf jeden Fall weiter, was wir noch haben. Und zwar habe ich mich hier für das Wrestling Mania X8 entschieden. Hier finde ich das Cover mit Hulk Hogan und The Rock einfach viel geiler wie das andere. Deswegen wird das Spiel oder das hier anstatt das Reckoning erstmal den Weg nach Varta finden. Und ich bin echt gespannt. Weil, wie die Teile generell dann erstmal aussehen. Das Resident Evil Zero habe ich ja auch schon da. Und nebenbei, wer die Spiele in einer Nahvariante sehen will, der muss sich die Videos nochmal davor angucken. Wo ich die neu gekauft habe oder neu bekommen habe. Da zeige ich die auch einmal direkt in die Kamera. Das muss ich jetzt nicht mehr machen, denke ich mal. Manche haben es auch schon gesehen. Manche, ja, im Notfall, wie gesagt, einfach nochmal das andere Video sehen. Und man kann hier auch vorspulen. Dann zeige ich das eigentlich in 360 Grad später. Ich bin mir bei dem, glaube ich, schon sicher, dass ich die Ober- und Unterkante auch mit reingehalten habe. Und, ähm, dann werdet ihr ja, ähm, auch nochmal sehen. Ich meine, es ist am Ende beleuchtet. Es sieht immer noch ein bisschen, also die kleinen Feinheiten an Schmutz und Kratzern sieht man da natürlich nicht. Aber man kann sich schon mal einen, ähm, kleinen Blick dazu verschaffen, wie es halt aussieht, ne. Dann, ähm, werde ich das Starfox Adventure hinschicken. Das ist ja jetzt aus dem letzten Video. Und, ähm, ja, das findet seinen Weg direkt nach Varta. Ja, also ganz ehrlich, ähm, da will ich auch gar nicht lang warten, weil, ähm, dann habe ich auch fast alle Gamecube-Spiele da, bis auf das, ähm, Day of Reckoning. Jetzt habe ich es, ähm, bis auf das, ähm, und wie gesagt, ich habe den einen oder anderen Blick noch auf das eine oder andere Spiel geworfen, was, ähm, jetzt dann demnächst natürlich auch, ähm, im Video präsentiert wird. Wenn ich es natürlich dann kaufe und, ähm, wenn ich es dann habe, natürlich, ne. So. Und zu guter Letzt, das sechste Spiel ist Luigi Mansion. Und, ähm, ja, allein schon hier ist ein kleines Löchlein natürlich. Ihr habt es gesehen, ähm, will ich das auf jeden Fall auch eingeschickt haben. Dann ist es auf jeden Fall sicher. Dann passiert damit nichts mehr, äh, wenn auf dem Weg nach Amerika nichts passiert. Ähm, ich habe eine coole Bewertung, wenn sie dann, ja, doch eigentlich schon, scheiß auf. Es ist eine coole Bewertung. Man weiß, wie das Spiel bewertet wurde und ich finde es eigentlich ziemlich cool. Ja. Das war es eigentlich schon wieder. Äh, wie gesagt, wenn ihr das Video seht, ähm, dann sind die Sachen schon in Amerika. Ich weiß nicht, wie lange es genau dauert, ähm, bis Warta, ähm, die Bewertungen, also bis die ja Spiel, bis die die Spiele bewerten. Ähm, ich glaube, jetzt im Angebot, ähm, haben viele ihre Spiele vielleicht hingeschickt. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, ja, von daher, ähm, wir dürfen gespannt sein. Ähm, was kommt? Man kriegt die Bewertung ja eher, da bin ich, also eigentlich denke ich mir so, ha, die Bewertung im Video direkt, ähm, zu sehen, wäre schon geil. Aber ich kann eh nicht warten. Ich kenne mich, ich, äh, denke es vielleicht so ein, zwei Tage, wo ich dann denke, ah, scheiße, ich warte jetzt, ne. Und was ist am Ende? Ich gucke trotzdem drauf und, ähm, weil man einfach, glaube ich, generell, ähm, wissen will, welche Bewertungen haben diese Spiele jetzt bekommen? Oder, ähm, war vielleicht doch ein Resealed bei? Oder was haben die Zip Games gekriegt? Oder, ähm, generell, wie sind die Bewertungen? Man ist einfach, man will es einfach wissen, ne. Ich will es jetzt schon am liebsten wissen. Und, ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, Leute. Von daher, ähm, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, ihr wisst, was ich jetzt nach Warta geschickt habe. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne könnt ihr wieder liken, abonnieren oder auch kommentieren. Von daher, kurzes, knackiges Video hoffentlich. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß reingehauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.